Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür und ganz ehrlich, wenn es jetzt draußen früher dunkel wird, sollte das Licht zu Hause doch umso gemütlicher sein und dabei kann man gleichzeitig auch was Gutes für die Umwelt tun. Denn Lampen gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Aber zum Glück ist die Entsorgung kostenfrei und ganz einfach. Unter sammelstellensuche.de gibt es tausende von Sammelstellen.